Der Warschauer Präsidentenpalast ist ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Stadtschloss in der Krakauer Vorstadt am Königsweg in Warschau. Geschichte Der Palast wurde von 1643 bis 1645 von Konstantino Tenkala für den Hetman Stanislav Konjepolski errichtet. Von 1661 gehörte es der Magnatenfamilie Lubomirschi, die es 1685 der Magnatenfamilie der Reichiwil verkauften, in deren Händen es bis 1817 blieb. Die Reichiwil ließen den Palast von 1694 bis 1705 von Augustin Vincenti Loschi, Karol Zeroné und Amjie Sionicki umbauen. Von 1720 bis 1722 arbeitete Karol Bay an dem Palais und Jan Sigmund Deibel baute von 1755 bis 1762 die Seitenflügel an und schuf im Hauptgebäude ein. Theater 1818 wurde das Schloss von Christian Piotr Aigner im Stil des Klassizismus umgebaut und die Seitenflügel verlängert. Aigner gab der Hauptfassade ein klassizistisches Aussehen und der Gartenfront eine Neorenessos-Form. Nach dem Wiener Kongress wurde es Sitz des ersten russischen Stadthalters von Kongress Polen, General Josef Zazacek. 1821 schuf Camilo Laudino den Schlossplatz mit den berühmten Löwen. Ein 1870 aufgestelltes monumentales Denkmal vom russischen Stadthalter in den Jahren 1831 bis 1856 Ivan Paskewicz wurde 1918 entfernt. 1852 brannten viele der Innenräume aus. Alfons Kropiv-Niki führte den Wiederaufbau durch. In der Zwischenkriegszeit war das Schloss Amtssitz des polnischen Ministerpräsidenten sowie der Regierung und in den Nebenflügeln war die Kanzlei des Ministerrates untergebracht. Von 1918 bis 1921 wurde das Innere des Schlosses von Mariann Lalewitsch rekonstruiert. 1924 wurde das Schloss mit dem anstehenden Neorenessos-Haus von Josef Dietrich von 1870 verbunden. Während des Zweiten Weltkriegs diente das Palais als deutsches Haus, ein Zentrum für Deutsche in Warschau, welches einige größere Umbauten mitbrachte, unter anderem die Erhöhung der Podeste der Löwen am Hofeingang, die bis heute unverändert geblieben ist. Im Warschauer Aufstand wurde das Palais nur geringfügig beschädigt, so dass es von 1947 bis 1952 von Theodor Bursche, Antoni Jawornicki und Boris Zinserling wiederhergestellt und Sitz des Ministerrats wurde. Nach dem Krieg wurde das Denkmal von Josef Poniatowski des Pilthauers Bertel Torwalzen auf den Schlossplatz gestellt. Zuvor stand es auf dem Pilzuzki-Platz vor dem Sächsischen Palais. 1955 wurde im Palais der Warschauer Pakt und 1970 der Warschauer Vertrag von Josef Zyrankiewicz und Willy Brandt unterzeichnet. Der runde Tisch zwischen den Vertretern der kommunistischen Regierung und der oppositionellen Solidarnosc fand Anfang 1989 hier statt. Seit 1995 ist das Schlosssitz des polnischen Präsidenten. Bis jetzt haben Lech Walesa, Alexander Kwasniewski, Lech Kaczynski und Bronislaw Komorowski hier residiert. Bildgalerie Punt 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 Punt